An alle Einbrecher! Mein Haus ist jetzt wieder auf dem neuesten technologischen Stand! Ihr kommt zur Tür rein, schlägt mit einem Schlagzeugstecker auf ein Becken. Dadurch werde ich gewarnt. Am Boden taktische Ausrutschtannenzapfen. Fällt mit dem Kopf auf den Rucksack. Im Rucksack ein Bügeleisen. Sofortige Gehirnerschütterung. Steht wieder auf. Jetzt werdet ihr von Marshmallow mit einer Nerfgang überrascht. Nun schaltet sich der Geruchsmarginator an. Der Lavendelduft macht dich müde. Zusätzlich werdet ihr durch ein Disco-Licht verwirrt. Und dann werdet ihr von einem Roboterhund angegriffen. Und selbst wenn ihr das alles überstanden habt, dann habt ihr es mit mir zu tun. Ich bin eine Spinne!